Willkommen zurück zu MeTopia! Wir werden ein bisschen futtern, bevor wir losgehen. Kubot-Schinken-Sternchen! Sternchen erhalten! Der beste Schinken, den man sich als Kubot wünschen kann! Na komm, Mike, dann teste ihn mal aus! Hochzufrieden! Schön! Dilli-Becher und Dilli-Becher-Sternchen! So süß, so cremig, ein eiskalder Genuss in jeder Jahreszeit! Oder jede Schicht ein neuer Genuss! Eine Portion für echte Helden! Na komm, dann ess ihn mal! Unglaublich lecker! Und was meinst du dazu, Dilli? Bäh! Da esse ich lieber Waldmeister! Okay! Magst du Tee? Natürlich! Setz dich und genieß eine Tasse! Aber er mochte den nicht! Schade! Na dann, let's go! Und dann mit sein Pferd in der letzten Folge! Was sich wie gesagt schon, ähm, ungefähr nach jedem Gebiet sein Aussehen ändern wird! Und nun können wir an weitere Orte gelangen! Sogar jetzt in ein neues Gebiet! Ödland-Grenze! Aber da will ich eigentlich noch gar nicht lang! Warum kann ich hier dann trotzdem schon lang? Na ja, gibt's ein Geschenk! Eine Truhe! Aber ganz ehrlich! Ich will nach rechts! Weil hier oben soll das Gesicht sein! Deshalb gehen wir erstmal Richtung Gesicht! Vielleicht sehen wir heute schon die Prinzessin! Auf geht's! Das wäre schon schön! Brauche Futter! Ich brauche Futter! Ich brauche Futter! Ich brauche Futter! Ja, schön! du keinen stolz wie frisch die luft hier ist ich könnte den ganzen tag hier stehen und nur atmen danke liebe bäume für all die frische luft ja ihr seid die besten bäume natur dann denke ich meinen grünen daumenball ich will mich nicht so gut schon wieder noch eine weglabelung ich weiß nicht mal ob ich überhaupt machen muss ich freue mich aufs bett könnte stimmen die monties sind wieder da blitz schön aua abhebern an den mann mann daneben gott erster beistand kümmern alles in ordnung geil sie war auch zum ersten mal erwartet bräuchte gar keine fähigkeit einfach aufschlagen mit dem stab ich helfe dir dankeschön ja damit sie einfach macht ist eine güte sind wir bald im gasthaus da machst du witzel eine kiste mit einem keramik ein keramik deutsch war ja für dann die dachte ich mir anfang dachte ich für für weike aber dann ist es für danny das fisch von lust lustiger aber irgendwie sieht das krasser aus ja kommt nehmen wir das ist sowieso besser denke ich oder war es besser ich habe geachtet ich verboten ist besser mein bauch knäuft was nicht stolper ist noch eine kiste mit einem spülschein cool und da ist das gasthaus gibt es viel weg als ob ich das immer machen muss du hast fünf verschiedene deutsche die bevorzugte war für der diebe gesammelt okay ich will in das zimmer von meike gehen okay können wir machen ich will in das schön ist bist du müde ferdinand ich auch schon süß du bist ein braves pferd und so schön warm was ist das denn passiert und dadurch steigt die idee bekannte ja nicht wir lernen nicht wir sind nur bekannte ja das zimmer von meike dann bis jetzt auch mal hier oben weg mit dem schmutz denn ihr macht sauber so glänzen und sauber ich schaue wieder und ich schaue nicht mit ich mache einfach mit was davon gelernt ich habe zuschauen mitmachen und mithelfen genau so jetzt gehe ich mal zum pferd ich will auch endlich mal beim pferd bleiben ja und alle das gleiche alle pünktchen sachen und du willst die monster rüsten menschen sachen hast ja gut ich habe kein geld gewinnt die spielhalle und gambeln für die monster rüstung die wir sogar heute haben aber echt glück gehabt aber ich glaube ich werde sie nur ausrüsten und nicht anziehen naja ich finde sie nicht so cool aus ich weiß nicht ohne helm vor allem sie ist nicht so cool aus nur werse benutzen besser wahrscheinlich öfter machen alles klar so hier ihr beide können ins café viel spaß euch beiden und wenn kaffee eine runde entspannen ich kann es kaum erwarten nicht übel und was willst du das damit und damit und dann noch das und das ich habe heute einen riesen coole dampf ich kann nicht nur so gut verstehen wie sich so zwingt mit zu freuen ich muss so viel arbeiten bekannte schön zwei hp bananen erhalten dadurch soll jetzt können wir noch ein bisschen ein bisschen fodder an und dann sind wir weiter wie schmeckt er nicht so lecker echt nicht okay schleimgelee hat geschmeckt hier ist den kuboltschinken und danny kann dann mal die besonderen bungee tränen probieren mochte er schön okay wir haben jetzt richtig viele bungee tränen spar ich mir auf jetzt ein mitglied seines teams erreicht erreicht einen beziehungslevel von vier mit einem pferd und nun zugriff nach hier oben die muss doch bestimmt versteckten weg geben entweder weiterkommen oder zur kiste wahrscheinlich auf geht's da wo dich jetzt einfach mal ich bin total verschwitzt die bitte müssen roboter die ganze schwitzen michael mag danny aber freddy findet danny ebenfalls toll ist irgendwas super warum streiten sie beiden sich jetzt um denn ich könnte es nicht besser gehen auch komm schon ja eine weggabelung hier mal nach oben bisschen fester denn die darf das nicht erfahren aber ein kampf hält uns nicht davon ab gift falter sind das jedoch das sind neue neue falter was die wohl können kommen aber sehen nicht übel oder was okay wir kommen aber sehr gut voran finde ich wir haben auf jeden fall ein stabiles team es geht doch nicht über einen kleinen sprint noch eine weggabelung gott so viel nur gemeinsam sind wir stark eine kleine goldene kiste mit drei spielschord die sich sehr gerne kann ich wieder ein bisschen gambeln bisschen geld sammeln ich habe ein loch im schuh wo bin ich bei dem outfit es wird dunkel und nein kein gasthaus langsam zeit zum schlafen es ist so gefährlich wenn alle zugleich schlafen jemand muss aufbleiben und wache halten wer soll wache halten ich würde sagen wir wechseln uns jedes mal ab und da ich halt leiter diese diese trupps bin werde wohl ich die erste nacht machen ich bin für uns verantwortlich ich übernehmen die wache ruht ihr euch etwas aus ich halte mit dir zusammen wache wo danke denn die gemeinsam hielten die beiden wache level 5 bekannte wir loben uns schön und es wurde tag und dann kam der morgen du bist früh wache denn die ja nicht nur hast du halt mitgemacht ich fühle mich nicht so gut du machst mal witze gut wenn wir das nächste mal so was machen müssen weil ich mich mal malke und ready hinschicken geht dann die reitet doch die sind gehalten etwas aus ich weiß nicht was die was sie drauf haben blitz plus 1 weil mir malke hilft nice beinahe das dauern später dauern die kraft an aber nichts passiert ich kann nichts machen da nicht in diesem menü bin es ist nicht so gut gemacht finde ich haben wir denn nicht so weinen ok ich hab das ein normal eingriff sollte reichen oder nein aber freddy macht es für die stärke als ich bin so schwach bist du sauber abgeräumt beeilung eine weitere kiste mit 400 gold juhu nehme ich sehr gerne mit muss das ende sein hier ja hier ist das ende endlich doch sind die verhalten immer noch unterwegs bis mit hopern ich langsam mal gerettet naja mach halt weiter ist ja deine sache denn villager ein ausflugsticket danke 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 Und ich versuche mich auch endlich mal mit Ferdinand ein. Zu viel Rechtsklick aufs Pferd. Endlich akzeptiert es mich. Aber es will lieber mit Baike ins Bett, wollte ich sagen. Kuscheln. Ja. Dann kuschel mal mit Baike. Hier eine Karotte für dich. Lass es sie schmecken. Unglaublich lecker. Direkt ein Level Up. Schön. Ja, passt eigentlich so. War gerade überlegen. Die wollen alle immer noch das... Was, was, was? China Uniform? Okay. Ähm. Ja, komm. Kaufen wir Danny mal so eine Uniform. Sie wird sie nicht anziehen. Aber er wird die Stats benutzen davon. Na, ich finde auch vor allem, das passt auch gar nicht. Es ist nicht so gut aus. Nur die Werte. Ich mag sein Hühnchen-Kostüm. Das ist super. Das ist einfach super. So, und Frederic will doch seine China Uniform haben. Made in China. Schön in Pink. Ja, ich weiß nicht. Es ist das exakt gleiche, ne? Ja, es ist das exakt gleiche, nur in anderen Farbe. Komm. Dann können wir es ja auch in Pink machen. Geil. Du bist eine Banane. Ne, gebe ich dir nicht. Nö, nö, nö. Das gebe ich dir nicht. Nö, nö. Pünktchen kluft. Na. Bringt uns nichts. Komm. Machen wir einmal. Stichstatt schnupp. Die restlichen beiden behalten wir nicht für das erste. So. Ich will auf Tausender gehen. Nevermind. Spaß. Ich mach nochmal. Diesmal auf 500er. Nice. In den 500er nehme ich dann jetzt mit. Egal was er sagt. Nein. Ich nehm ich 500er. Ich hab kein Geld mehr. Ich brauch das Geld. Jung und, äh, pleite. Jung, pleite, verzweifelt, whatever. Ja. Komm ich kann einmal mit Freddy in die Bücherei gehen. Dann gibt's was zu essen und dann gucken wir uns auf der World Map. Weiterum. Hui, schon ganz schon spät. Erwischt. Das Buch, das du da liest. Ist das spannend? Oh ja. Gefällt mir richtig gut bisher. Magst du mir was davor aus vorlesen? Wenn du möchtest. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Lange bevor es anfangs überhaupt gab. Da lebt im düsteren Dickicht des Wirrwalds. Ein einsamer Elf. Okay. Wir können uns auch nur loben. Ist wichtig. Na? 3 HP Bananen. Siehste? Wir wollen keine kaufen. Wir kriegen die einfach. Komm, jetzt gibt's jetzt mal wieder was zu futtern. Dürft alle was trinken. Nur Maike nicht, weil sie das nicht mag. Und ihr will ich das nicht antun. Für Ready aber auf jeden Fall. Weil er liebt es. Schön. Du kriegst dafür das hier. Unglaublich lecker. Das hab ich nicht sogar gerne für rum. Okay. Weiter geht's. Let's go. Du hast fünf verschiedene Kluften, die bevorzugte Kleidung der Liebe gesammelt. Okay. Ich bin ja irgendwie ein bisschen seltsam. Aber okay. Und? Yes. Wir können nun zum König. Leider weiß ich jetzt aber immer noch nicht, wie wir zur Küste können. Nein, egal. Bosskampf wahrscheinlich hier. Vermute ich mal. Auf geht's. Ich bin so müde. Schluss damit. Ach, natürlich sind noch weitere Gegner. Vorbei. Einer hat sich verzogen. Aha. Fährt. Reitangriff. Let's go. Bam. Nice. Und Maike macht das gleiche. Nice Freddy. Oh Gott, nein. Oh Gott. Freddy ist verstärker als ich. Aber ich halt dafür mehr aus. Bam. Ah, Mist. Mach mich aus. Nein. Wir haben schon alle nicht. Alle nicht. Alter. Was ist mit dem los? Dieser richtiger Pro. Oh. Wie war er sich halt mehr aus? Stimmt nicht ganz. Komm her. Ich helfe auch. Ach. Danke. Wir töten ihn zusammen. Nice. Auf diesen zwei Angriff auf einmal kann er halt nichts machen. Schalalalala. Bleib auf den Teppich. Oh. Eine Truhe. Mit einem MP-Bombon. MP-Bombons, für die du kein Plasma hattest. Werden zum Gasthaus geschickt. Endert es. Halt mal die Luft an. Hilfe uns doch jemand. Oh. Da ist der Bosskampf. Kobra Golem. Und warum passt das so gut? Geile Bosskampfmusik. Der Endpost dieses Gebiets. Vermutlich mal. Wegen der neuen Musik. Dann sind wir mit Anfangs fertig. Ein bisschen Musik hören. Ich habe auf jeden Fall was. Oh. 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 Auf einmal. Ich開心 mir für das Ende auf. Wahrscheinlich. Feuer. Oh. Nice. Mit dem Pferd. Bam. Heiße hauue. Oh. Oh. Oh gott. Nein. Das ist schon wieder eine Banane. Was machen wir mit Freddy? Oh Gott. Halt sich nicht selbst, dann sollten wir ihm helfen. Und das war das Falsche. Erfreut sich, wenn ich ihm helfe. Ist leer. Ich kann dir nicht mehr helfen, Freddy. Lass dich nicht mehr treffen, du. Ich kann nichts mehr dagegen tun, wenn du stürzt. Dabei gibt es dir auch Mühe. Vorsicht! Ach man, Freddy! Alles in Ordnung? Denny! Gegen mich kommst du nicht an! Wir haben nicht genug, KB-Bananen. Neu-Technik, Mopsen. Zack, meins! Haha! Alles klar! Angriff! Los, Ferdinand! Bam! Köstlich! Vorsicht! Wolken dafür! Nice! Die Nähe wächst! Kurze Musik ändern! Leute, wir fünf Bekannte loben sich jetzt auch. Alles klar! Schönheitsschlaf auf Meike! Neu-Technik! Schönheitsschlaf! Schönheitsschlaf! Heiß, 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 heiß! Schläft wie ein Stein! Ist aufgewacht! Guten Morgen! Oh, nice! Tut mir leid, Leute! Alles in Ordnung? Ready! Ich muss mich selbst wieder beleben. Lebe, Mike! Lebe! Nimm alle MP, die ich dir geben kann! Ich hab nichts mehr! Alles klar! Feuer! Verreck! Nicht Himmel, oder was? Wir leben noch! Ja, Max, du lebst noch! Oder Cobra, wie immer! Nur ein paar Kratzer! Bin nur gestorben! Von Bundeserfahrung! Hm! Wer sie wohl bekommt! Ich! Haha! Ihr Opfer könnt gar nichts gegen tun! Spaß! Golemsteak! Das Gesicht des Königs ist zum Schloss zurückgeflogen! Nice! Und hier ist das Gasthaus! Das war wieder die leiste Folge, würde ich sagen! Hat mir sehr gefallen! Ja, ich will weiterspielen! Meine ich! Nicht, ich will nicht die Folge irgendwo in dem Hauptbildschirm beenden! So, kann ich noch beim Ende der Folge irgendwas für euch tun? Irgendwie seid ihr alle wunschlos glücklich, ne? Kommt, machen wir noch ein bisschen Roulette! Piratenkluft zum Beispiel! Hört sich doch cool an! Wenn wir Glück haben, kriegen wir es sogar! Aber es ist gerade 25% auf alles! Nein! Zwei Aus... Na, warte! Ist gar nicht mal so schlecht, habe ich gesagt! Zwei Ausfluchstikel sind gar nicht mal so schlecht! Neh mich mit! Die werden wir dann in der nächsten Folge benutzen! Und dann werden wir doch mal sehen, ob wir die Prinzessin finden werden! Merci. Zwei Ausfluchstikel